Ja Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier ein erfreuliches Video wird oder nicht, denn Leute, Reaction-Tan. Ich habe ja gesagt in der Vergangenheit, dass ich durchaus Bock habe auf Reaction, aber es sollte auch sinnvolle Videos sein. Also klar, Comedy-Videos kann man auch darauf reagieren oder so, aber dann am Ende so, ja, ha, das war's. Ich möchte immer, wenn ich Reactions mache, dazu was beitragen können. Und ich denke mal, bei diesem Thema kann ich durchaus sehr viel zu beitragen, denn es geht um den guten Julio und den hier den Titel. Wir müssen reden, so geht es mir gerade, alles muss sich verändern. Und natürlich Leute, ja, Timeout ist ja nicht mehr da, dennoch natürlich habe ich Kontakt mit Julian, a.k.a. im Julio. Und von daher habe ich natürlich auch Einblicke, auch hintere Eindrücke. Keine Angst, ich werde jetzt nichts leaken oder ähnliches, aber natürlich weiß ich insgesamt schon. Ich weiß aber nicht, was er hier im Video zu sagen hat, beziehungsweise auch wie er es sagt, weil das ist ja auch immer so eine Sache. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier rein, let's go, start. Oder auch nicht, start. Hallo zusammen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und diese Anmoderation erstmal hier ist es irgendwie, glaube ich, zu laut für mich. Ein bisschen leiser. Ja, auf seinem Kanal ist mir gar nicht aufgefallen. Und ja, ich bin zwar immer noch nicht hundertprozentig fit, allerdings gibt es heute nochmal ein Video der etwas anderen Art. Und habt ihr jetzt vielleicht auch schon der anderen Art. Also wir wollen hier nicht die Ernsthaftigkeit des Videos rausnehmen, das klingt sehr ernst, aber also er sitzt da vor seinem Hintergrund wie immer. Also bisher ist es kein besonderes Video. ... Videotitel lesen können. Und eigentlich bin ich auch nicht so der Typ, der solche Themen gerne kommuniziert. Allerdings ist das ein Thema und auch ein Video. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er kommunizieren möchte, aber generell einmal, es ist natürlich allgemein ein großes, ja nicht, also es ist ein interessantes Thema, allgemein Informationen mit der Community sharing. Also natürlich, ne, bei Yugi, wir können so viel reden, wie wir wollen darüber, aber natürlich gerade, wir müssen reden, so geht es mir gerade, geht natürlich auf private Sachen. Und privates, ihr wisst ja zum Beispiel, dass ich mein Privatleben sehr groß raushalte. Andere machen das weniger, andere mehr, muss natürlich jeder für sich entscheiden, weil darum geht es am Ende, man muss sich natürlich wohlfühlen damit. Und ja, man muss schon sagen, Julian ist auch einer der Kanäle, die natürlich nicht so viel über sich erzählen, das stimmt natürlich. ... Video, was ich schon eigentlich eine ganze Weile vor mir rumschiebe, nur manchmal braucht so den entscheidenden Klick, um das dann auch mal final umzusetzen. Deswegen, ja, ich möchte tatsächlich heute mal mit euch über meine Gesundheit sprechen und wie es mit diesem... Man muss sagen, der Timeout-Zuschauer weiß Bescheid, dass ja in der Vergangenheit da schon einiges darüber erzählt wurde, aber ich will dem jetzt nichts vorwegnehmen. In Timeout, wie gesagt, hat er, die Folgen sind natürlich alle noch online, aber da hat er auch einige Male über seine Gesundheit geredet, definitiv. ... Kanal hier weitergeht, denn so wie es aktuell weitergeht, wird es nicht weitergehen, aber keine Sorge, schon mal vorweggenommen. Ich höre jetzt nicht auf oder so, also... Dass man das so sagen muss, ne? Also es ist ja so Standard geworden, dass man immer sagt, ey, es verändert sich was. Alle erst mal vom Negativsten ausgehen. Hört es euch gerne zu Ende an, wenn euch das Ganze interessiert. Genau, Leute. Bis zum Ende Videos gucken. Das ist auch so eine Message, die ich an den anderen YouTubern mitgeben kann. Videos immer bis zum Ende gucken, denn oft, natürlich, am Ende kommt der größte Point meist. Und natürlich auch ganz am Ende kann nochmal sein, dass noch ein kleiner Wink kommt. Also Wink im Sinne von nochmal eine Aufmunterung oder das Gegenteil. Ich habe von euch einige Kontare bekommen, weil ich ja in der letzten Zeit doch öfter krank war, wo ihr gesagt habt, ey, muss man sich Sorgen machen, du bist öfter krank, geh mal zum Arzt. Auch Leute, die geschrieben haben, ey, du hast zugenommen, das gab es auch, ist auch ein Thema. Ja, okay, also ich meine, ne, zugenommen, das ist ein Thema, also for real. Ich glaube, es gibt bei niemanden deutlicher zu erkennen, ob man zu oder abgenommen hat, als natürlich bei Leuten, die regelmäßige Videos im Internet machen. Ich meine, man braucht einfach nur ältestes Video eingeben, gucken, wie man da aussah. Hat die Person sich verändert oder nicht? Ja oder nein? Nein, und man muss natürlich sagen, gerade bei Julian auch, aber auch, wenn er in Glashaus sitzt, bei mir natürlich, der Wohlfühlspeck ist definitiv da. Über was ich heute auf jeden Fall sprechen möchte, denn das sind Punkte, die mich auf jeden Fall gesundheitlich mittlerweile schon sehr einschränken. Also ich nehme mittlerweile seit, ja, länger als einem halben Jahr auf jeden Fall Blutdruckmedikamente. Das ist krass. Alter, das ist halt krass, ne? Ne, ähm, also Blutdruck allgemein, allgemein, ich finde, also persönlich so Herzsachen immer, also manchmal hören sie sich krass an, als sie sind, ne, safe. Also ich will jetzt hier nicht den Teufel und den Mann holen, aber ich finde so alles, was geht um Blutdruck und Herz, boah, 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 boah. Ich habe natürlich früher nicht nehmen und ich habe tatsächlich auch in den letzten Jahren, man kann eigentlich sagen in den letzten, ja. Ja gut, er hat jetzt keine Ursache gesagt, ne? Also ich meine, Blutdruckdruck kann ja durch verschiedene Faktoren entstehen, ne? Und in viereinhalb Jahren habe ich über 20 Kilo, äh, zugenommen, wer diesen Kanal seit Anfang an... That's huge. That's a lot. That's a lot. So. Also da sieht man erstmal, was für ein, äh, durchtrainierter Boyer vorher war. Ich meine, 20 Kilo, äh, manche sehen nach 20 Kilo schlimmer aus, ne? Verfolgt, der weiß das sicherlich. Und, äh, Blutdruckmedikamente, äh, ja, mit 32 zu nehmen, das ist eigentlich nicht so mein Life-Goal gewesen. Und, ähm, ja, was habe ich gemacht? Eigentlich habe ich nichts gemacht. Ich habe die Medikamente bisher einfach geschluckt und habe an meinem Lebensstil nicht so wirklich viel geändert. Ja, gut. Also er wird wahrscheinlich gleich vorwegnehmen, warum das Ganze so ist bei ihm. Aber man muss einfach sagen, natürlich, ähm, Gewicht ist, äh, ironischerweise, also eigentlich das Letzte, was man angeht. So, ja, ich habe gerade Stress, äh, ich kann gerade nicht. Ja, ich habe gar keine Zeit und so. Und natürlich, es stimmt, ne? Das soll jetzt gar nicht wegleugnen, dass das nicht so ist. Aber man stellt es an hinterster Stelle an, weil es ja Zeit hat, ne? Weil, ey, Leute, Gewicht, heute paar Kilo mehr, paar Kilo weniger, pff, ist auch egal. Also die Auswirkungen erleben wir ja erst in zig Jahren so. Stellt euch vor, wir würden durch, jetzt sagen wir mal, 5 Kilo mehr oder hier 20 Kilo mehr sofort, instant, alle Folgen, die eigentlich Langzeitfolgen sind, würden wir sofort kriegen. Also sofort, äh, Rückenschätzen, ähnliches, äh, und so weiter. Dann natürlich würden wir sofort sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss jetzt was ändern. Dann, aber die Folgen kommen halt erst später. Und das ist natürlich tückisch, ne? Muss man natürlich sagen. Und, äh, ja, mal erzählen hier, was er jetzt sagt. Also ich, es ist nicht einfach. Also es ist halt, es ist halt krass nicht einfach. Also immer einfach zu sagen, ja, mach halt einfach mal. Ja, ne? Man ist gefangen in seinen eigenen Hamsterrad dann oft auch. Und da muss man natürlich ausbrechen. Wirkt so, ich muss alles ändern, als würde das hier der Fall sein. Aber jetzt mal anhören. Ich habe in den letzten viereinhalb Jahren eigentlich nur hier für YouTube gelebt und meinen normalen Job. Das heißt, also, das habe ich ja sowieso schon mal kommuniziert. Ich arbeite ja da. Also ich habe für meinen Job und für meinen Job gelebt. Nein, das ist ein Hobby, aber ja. Nach wie vor immer noch 25 Stunden. Früher logischerweise dann auch noch 40 Stunden und habe YouTube dann nebenbei gemacht. Irgendwann konnte ich das dank euch dann reduzieren. Allerdings ist halt der Punkt, ich habe wirklich halt nur für YouTube gelebt. Also ich habe viel. Cool, Werbung. Geil, danke für nix, ey. 40 Stunden und habe YouTube dann nebenbei gemacht. Irgendwann konnte ich das dank euch dann reduzieren. Allerdings ist halt der Punkt, ich habe wirklich halt nur für YouTube gelebt. Also ich habe viele, viele wichtige Themen, sowohl gesundheitlich, aber auch irgendwie Familienveranstaltungen, irgendwas mit Freunden machen, Partner, whatever, habe ich immer hinten angestellt. Und ein YouTuber war immer Priorität Nummer eins. Das ist gar nicht gut. Also for real, das ist überhaupt nicht gut. Ich habe ja auch mal Realtalks-Video zum Ende des Jahres gemacht. Und es gab bei mir auch eine Zeit, da habe ich YouTube über alles gestellt. Und das ist, also es ist nicht gesund. Also an sich einfach schon nicht gesund. Also erst mal mental, du beschäftigst dich ständig mit YouTube dann, also durchgehend. Also es ist nicht so, dass du mal eine Pause hast quasi. Also Stress, was natürlich auch dann natürlich auf den Körpernende dann sich auswirkt, der Stress. Aber auch, ey Leute, soziales Leben ist so wichtig. Ey, ganz ehrlich, kleiner Tipp an euch hier so, wenn ihr euer Leben ein Tick besser haben wollt, einfach mal Freunden sagen, danke, dass es sie gibt. For real, also wirklich. Also soziale Kontakte sind wichtig. Und dann halt das hinten anstellen. Auch da ist ja einfach, ey, gerade neues Set draußen, erst mal drüber reden, ist wichtig. Leute, Freunde und so, kann man ja später mit sich treffen. Aber ja, wenn man es immer macht, dann trifft man sich halt quasi nie. Und das möchte ich in der Zukunft so auf jeden Fall nicht mehr handhaben. Denn ich habe auch in den letzten viereinhalb Jahren jetzt mal mit Ausnahme von den vielleicht letzten zwei, drei Wochen tatsächlich immer drei bis vier Videos gemacht. Es ist huge. Das mag sich für den einen oder anderen jetzt vielleicht immer nicht so sonderlich anstrengend anhören. Aber wenn man dann halt quasi noch einen normalen Job hat, dem nachgeht und... Ja, also erklärt er gerade, warum das schwer ist. Aber Leute, also das haben, glaube ich, sagt jeder, also er selber sagt das auch. Ich sage, das sagen eigentlich alle, die aktiv dieses Pensum schon mal geleistet haben. Es ist extrem anstrengend und gar nicht mal an den Tag selber, sondern auf den Long Distance, auf die Long Distance. Es ist also mal eben so, du hast ein Wochenende frei, machst du drei, vier Videos easy, fertig, klack, klack und lädst sie hoch so. Aber dann die Woche drauf hast du nicht frei bei jedem Tag. Wann machst du denn dann die Videos? Ja, du musst halt was kürzen oder ähnliches. Also dann ist natürlich sehr schwierig das Ganze. Von daher natürlich, ja, muss man da natürlich gucken. Also es ist viel. Also Leute, ich habe ja mal auch zurückgestellt auf ein Video die Woche und das war eine unendliche Erleichterung. Ihr glaubt es gar nicht, wie viel mehr Freiheit das generiert hat, nur ein Video die Woche zu machen. Und ein Video die Woche, es gibt ja Kanäle, die nicht mal das schaffen, weil natürlich privat und ähnliches einfach nicht so viel Spielraum da ist. Also vier Videos ist... Und wir reden ja hier nicht von, keine Ahnung, viermal, weiß nicht, jetzt irgendwas Einfaches auf... Viermal Opening einfach. Dann in dem Produkt, öffnet das, fertig, so. Nee, es ist schon deutlich, deutlich mehr. Also von daher, natürlich. Wenn ich das Familienleben haben möchte, das dann da rein zu quetschen, bestenfalls dann auch noch informativ und qualitativ das Ganze zu machen. Eigenanspruch. Das ist ein Mammutprojekt und das ist auch eine wirklich schwierige Aufgabe. Und es ist ein Marathon. Irgendwann seine Work-Life-Balance so da ein bisschen. Aber die ist mir, was das angeht, auf jeden Fall vollkommen abhandengekommen. Und deswegen, wie gesagt, muss ich da halt was ändern. Dann, auf jeden Fall bin ich halt nicht mehr bereit, diese drei bis vier Videos zu machen. Pro Woche, ich werde das auf jeden Fall reduzieren auf ein bis zwei realistisch. Da werden wahrscheinlich zwei draus werden. Ich möchte das am liebsten auch mit festen Upload-Tagen machen. Natürlich wird es Ausnahmen geben, wenn eine... Warum muss ich immer den Leuten, die über Mental Health sagen, immer das Gleiche sagen? Wenn man an den Punkt gekommen ist, wo man eine Notbremse macht, dann komm doch nicht um die Ecke mit, ja, ich brauche einen Upload-Plan. Dann mach, wann du willst. So, ich verstehe, dass man nicht jetzt sagt, ey, ich höre auf, ich mache jetzt nur noch ein Video oder null bis zwei Videos. Natürlich willst du nicht null Videos die Woche bringen. So, YouTube straft sich damit auch ab. Zuschauer fallen auch, was los ist. Man wird vielleicht gegen... Also, ne, ich verstehe das so. Also, auf jeden Fall. Aber gerade, wenn man in einer sagt, ey, ich muss jetzt hier eine Notbremse ziehen, dann sollte man nicht einen festen Upload-Plan haben, sondern eher sagen, ey, ich mache gerne Videos. Ich habe meine Babys, also bei Ihnen ja zum Beispiel, ich habe meine Tierlisten, ich habe meine Market Watches und dann, ja, dann go for it. Also, dann mach das so. Aber dann der Rest ist halt nur, wenn wirklich Zeit ist. Also wirklich, wenn du sagst, ey, ich habe Langeweile, ey, ich mache das dann. Aber wenn du keine Langeweile hast oder irgendjemand dich fragt, ey, hast du Zeit? Dann nicht Video, dann Freund. Wenn die Bandes kommt, dann werde ich das sicherlich dann auch mitnehmen, wenn das natürlich zeitlich gerade passt. Aber ich werde zum Beispiel keine Prioritätenverteilung da mehr machen. Also, wenn die Bandes kommt und ich bin gerade nicht zu Hause, dann werde ich sicherlich nicht mehr irgendwo, ja, Veranstaltungen verlassen, wo ich gerade bin. Oder auch von Freunden nach Hause fahren, weil so war das de facto in der Vergangenheit. Und wie gesagt, da haben die Prioritäten einfach nicht mitgespielt. Und vor allem die Hauptpriorität ist, ich möchte natürlich von diesen 20 Kilo, die ich da zugenommen habe, natürlich auch wieder runter. Weil ansonsten wird es langfristig immer, immer schlechter. Denn ich war auch in der Vergangenheit bei Ärzten. Und da sind natürlich die Prognosen dann auch nicht die besten. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was passieren würde, wenn ich jetzt diesen Lebensstil, jetzt sagen wir mal noch, die nächsten 15, 20 Jahre beibehalten würde. Dann sähe das wahrscheinlich für mich nicht so rosig aus. Wer weiß, ob ich dann überhaupt noch da bin. Weil das, was ich aktuell halt mache, ist aktiver Raupebau mit meiner Gesundheit. Und deswegen wird es diese Veränderung brauchen. Ich muss sagen, es hat relativ spät bei mir Klick gemacht, weil man hat nur die eine Gesundheit. Ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen Verständnis, dass der Kanal sich, was das angeht, verändert. Es wird natürlich auch Videos außer der Reihe geben, wenn jetzt zum Beispiel, da kommen auch mal drei Videos. Wenn zum Beispiel ein Konami-Video ansteht, ein Opening zum Beispiel, dann ist das ja in der Regel vorproduziert. Dann kommt das natürlich on top nochmal dazu. Aber ich bitte euch tatsächlich da draußen, das einfach ein bisschen mitzuspielen. Wenn ihr wieder merkt, ey, der fängt wieder an zu übertreiben, da kommen zu viele Videos. Okay, Julian, warte. Dann schreibt mir das sehr gerne in die... Julian, ich schreibe es jetzt in die DMs, Alter. Ich slide in die DMs und sage, Junge, du übertreibst wieder. Auch jetzt. Ja, also wenn dann noch so ein Video kommt, dann mache ich drei. Nein, lass dann eins weg. Dann hast du zwei, aber hast schon eins vorproduziert. Das heißt, easy, einfacher Content, mehr Freiraum. Das, was du willst. Die Kommentare ballert und bombardiert mich dazu. Ich brauche da einfach ein bisschen eure Unterstützung. Ja, okay. Kein Ding mache ich. Das ist ein Prozess. Ich spamm dich zu. Mal lernen müssen, weil es auf einmal werden Zahlen, werden weniger werden. Das ist auch so ein Ding, gerade als YouTuber. Oh, Zahlenkrankheit. Das ist so ein Ding. Zahlen, auf Zahlen gucken. Natürlich. Also YouTube schüttet einen mit Dopamin voll. Ey, du hast das erfolgreichste Video. Eins von zehn. Pum, Konfetti, Dopamin. Alle freuen sich. Ja, also YouTube macht es da nicht leicht, nicht auf Zahlen zu gucken. Aber das ist ein Ablegen. Das muss man auch der Gesundheit wegen ablegen. Also es ist for real. Muss halt. Also es muss sein. Man achtet natürlich auf Zahlen, auch wenn man irgendwo immer sagt, ja, interessiert mich nicht. Aber zahlenkrank ist jeder. Ja, Lüge. Also, also ich kann das jetzt, ne, also, warte. Ja, an irgendeinem gewissen Punkt, dass, ja, wissen Leute wie ein Schattenspieler oder ein Niska ganz gut, mit denen ich darüber auch schon lange gesprochen habe, ne, Nico, Grüße gehen dann dich raus. Und, ja, mehr möchte ich im Kern dazu. Ja, also, man kann sagen, also Zahlenkrankheit, also, man muss sagen, also, Julian und ich, ne, wie sagt er, der hat mich sogar erwähnt, ey, Grüße gehen zurück. Aber, ja, safe, also über Zahlen redet man öfter mal und, also, er ist da, also jetzt vom Level her, ich bin da hundertmal entspannter als er, er ist da viel mehr drin. Ich hatte das ganz früher auch, äh, ganz schlimm. Also, Julian hat das auch mal schlimmer gehabt, also, Julian hat sich auch schon gebessert, aber es ist ein langer Prozess, es geht halt nicht so einfach. Ähm, und ich hab gemerkt, als ich zum Beispiel wieder mit Videos angefangen habe, also mit mehreren Videos, man achtet sofort mehr auf die Zahlen. Es hat wieder einen Monat gedauert, bis ich auch merkte, ey, hallo, Maurice, hallo, du achtest wieder viel zu viel auf Zahlen. Und, dass man dann halt wieder ein bisschen, äh, davon wegkommt, so. Und, ja, Julian ist da definitiv schlimmer und, ähm, ja, sind wir ehrlich, Zahlen guckt jeder indirekt. Selbst wenn man sagt, ich mach's auch Spaß, selbst dann guckst du auf die Zahlen. Ich meine, ist ja klar, ne, wir sind hier im Internet und ähnliches. Ähm, du machst das für jemanden, machst das für die Community, zum Unterhalten, zum Lernen und ähnliches. Und wenn das keiner guckt, null Views generieren würde, die anderen denkst auch so, ja gut, ich mach das für die Zuschauer. Ja, warte mal, wer die Zuschauer? Also, natürlich, ach, sondern irgendwo auf Zahlen, ist ja logisch, also, ist komplett normal. Der gesunde Mittelmaß ist halt wichtig, ne? Auf die Zahlen gucken, ist fein. Die Konsequenz daraus ist wichtig. Also, zum Beispiel halt zu sagen, hey, die Zahlen gehen runter jetzt, weil ich weniger Videos mach. Normal, keine Panik, alles gut, alles supi. So muss man dann halt damit agieren. Man muss halt mit der Information, also, es kommt auch an, wer es mit der Information macht. Dazu eigentlich nicht sagen, wie gesagt, es wird auch Ausnahmen geben. Es wird diese Veränderung geben und ich muss diese Reißlein an dieser Stelle ziehen. Ich muss jetzt was verändern, weil wenn ich es jetzt nicht tue, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dann aussieht. Auch bei mir wird es dann im privaten Umfeld, wird sich dann jetzt einiges verändern müssen. Ihr könnt mir sehr gerne Tipps in die Kommentare schreiben, auch gerade was Sport angeht, wie man das richtig umsetzt. Also, ich als Sportexperte, nein, Spaß natürlich, ja, mach keinen Uploadplan. Mach deine Babys, zieh die durch, mach die, das ist auch das, was dein Kanal ausmacht. Und dann, wenn du keinen Bock hast auf nichts oder auch keine Zeit hast, ich glaube, du hast Bock, aber wenn du keine Zeit hast, dann mach auch nicht. Ich finde mich damit tatsächlich gar nicht mal so einfach, da den Schweinhund zu überwinden und irgendwie erstmal zu starten. Ich glaube, wenn man irgendwie erstmal drin ist mit dem Ganzen, dann geht's, glaube ich, aber der... Ja, bis man drin ist. Und dann ist man krank. Und dann ist man wieder raus und dann geht's wieder von vorne los, ey. Dann geht der Kampf wieder von vorne los. Das ist halt erstmal schwierig. Natürlich sind dann Punkte wie Ernährung und so weiter und so fort alles auch wichtig. Ja. Aber ja, gut, ich möchte nicht noch weiter um dieses Thema rumlabern. Ihr wisst ja, ich habe auch Turniere bereits reduziert, was ja dann auch Gründe von Konami-Seite hat, weil ich das Spiel ja aktuell nicht so enjoye. Kann ich euch vielleicht auch mal einen aktuellen Standpunkt geben. Aktuell gefällt es mir wieder besser sogar. Besser als gedacht. Fouvalos ist eine Scheißkarte. Brauchen wir nicht schön reden. Aber es gefällt mir wieder besser. Aber nichtdestotrotz möchte ich es auch turniertechnisch natürlich nicht. Ironisch, ne? Fouvalos kommt. Es gefällt mir aber besser. Ich bin echt gespannt. Ey, for real. Also, das ist fernweg. Ich bin gespannt, wo wir in einem halben Jahr stehen mit Fouvalos. Ob Fouvalos überhaupt noch dann auf drei ist. Also, ich bin gespannt. Also, for real. Also, man merkt selbst er, der das Spiel grundsätzlich sagt, ey, ich will das mal angucken. Sag gerade, enjoy das mehr. Also, es ist natürlich nur eine Tendenz, ne? Es ist noch nicht eine ausschlaggebende Richtung. Übertreiben. Ich werde halt nur das spielen, worauf ich Bock habe. Die Prioritäten liegen da in der Zukunft. Also, Leute. Soll ich was sagen? Ihr solltet immer nur spielen, wenn ihr Bock habt. Also, man solltet sich nicht quälen, so. Also, weiß nicht. Muss nicht. Also, es ist ein Hobby. Es soll Spaß machen. Habt Spaß. Und wenn ihr keinen Spaß habt, dann natürlich, dann spielt was anderes. Oder spielt andere Teamformate. Oder ganz am Ende, macht eine Pause. Macht eine Pause. Komplett anders. Also, wenn ich zum Beispiel keine Euro-Quali habe, dann ist mir das einfach jetzt mittlerweile wurscht. Dann wird es das nicht geben. Ich habe mich bisher immer für die Europameisterschaft qualifiziert. Aber ich bin auch ehrlich mit euch. Ich weiß nicht mehr, ob ich in Zukunft noch mal eine Europameisterschaft besuchen werde. Ist doch okay. Hauptsächlich wird meine Priorität... Ist doch vollkommen okay. Er muss nichts beweisen. Er muss niemandem was beweisen. Also, ist vollkommen okay. Darauf liegen, deutsche Turniere zu besuchen. Weil einfach die Reisestrapazen nicht so die großen, oder ja, der große Aufwand dahinter sind. Also, wenn wir eine deutsche YCS haben, eine deutsche Euro, werde ich da sicherlich irgendwie da sein. Aber ich werde jetzt... Ja, das darf man nicht vergessen. Je nachdem, wo was ist. Ich sage nur, YCS Lille ist natürlich cool. Frankreich blieb blieb blieb. Aber... Also, Paris wäre halt angenehmer, ne? Oder... Also, je nachdem, wo man wohnt natürlich in Deutschland. Aber ich finde halt, Paris ist deutlich leichter und besser zu erreichen. Lille, finde ich persönlich, ist gar nicht so einfach zu erreichen. Bologna, YCS ist auch so ein Ding. Also, wir brauchen nicht reden. YCS Lille, YCS Bologna oder YCS Bochum. Oder YCS Dortmund. Was ist einfacher zu erreichen? Also, allein Reisezeit, ne? Egal, wo du in Deutschland wohnst. Klar, wenn du in Dortmund wohnst, GG. Aber ich meine, selbst wenn du von außerhalb von Dortmund kommst, selbst wenn du aus Bayern kommst und nach Dortmund fährst, ist es immer noch besser an sich. Also, ne? Ist natürlich klar. Wenn ich mir die Mühe mache, irgendwie nach England zu fliegen, nach Paris und... Boah, England. Ich bin ja auch schon zu YCS in England gefahren. Ist ein Erlebnis. Also, for real, ist ein Erlebnis. Aber ist auch mit Abstand, also England, Abstand teuerste von allen. Ähm, und dann musst du es halt als Urlaub sehen und nicht als Yugi-Event. Also, musst du es halt legit als Urlaub oder als Erlebnis sehen. Du darfst es nicht als, ich gehe mal auf ein Turnier. Also, sehe ich so. Vielleicht seht ihr es anders so. Aber ich sehe das so. Und, äh, weil... Es ist halt einfach... Es ist halt sehr teuer. Aber was es da alles gab, das wird es auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr geben. Vielleicht irgendwann mal wieder. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber für den Moment ist das eigentlich erst mal... Aber man merkt, ne? Er hat so für sich die Entscheidung getroffen. Aber er hängt noch dran mit dem Herzen. Er hängt noch dran und er will nichts ausschließen. Aber ist auch Schwachsinn. Also, ausschließen, warum auch? Warum sagen, ich mache nie wieder eine YCS? Warum? Also, ja, vielleicht machst du die nächsten fünf Jahre keine YCS. Aber warum nicht nach sechs Jahren oder so? Also, wisst ihr, wie ich das meine? Man muss ja nichts ausschließen. Nicht geplant und auch in teure Decks möchte ich nicht weiter rein investieren. Ich möchte versuchen, jetzt erst mal bei einem Deck zu bleiben, mit dem ich aktuell sehr viel Spaß habe. Ich konnte da so Kamera empfehlen. Ist gut, wird immer besser gefühlt. Also, mit Kamera habe ich gute Zeiten bisher gehabt. Aber, ja, that's it eigentlich so an diesem Punkt. Und keine Sorge, ich werde mich natürlich weiterhin stetig mit der Meta informieren. Dafür finde ich es... Oder auch euch informieren, weil ich finde es dafür einfach viel zu spannend. Ich spiele das Spiel dafür viel zu gerne. Und ich werde natürlich entsprechend in den freien Momenten, die ich dann habe, mich dann da trotzdem einlesen. Und ich denke nicht, dass das hier irgendwie den qualitativen... Einlesen, Julian. Ja, ja, ja. Der Dude, der mir dann um nachts um 23 Uhr schreibt, guck mal hier, was für ein Replay ich habe. Ja, 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 ja. Genau der bist du. Also, Julian, ist schon ein kleiner Sucht hier. Und der Abbruch nimmt, wenn ich da mich etwas weniger mit beschäftige. Weil ich werde mir trotzdem nach wie vor natürlich alles anschauen. Und auch YouTube-Videos von anderen Kollegen kann man sich natürlich anschauen. Aber, ja, die Veränderung, die wird es auf jeden Fall so geben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil das ganze Video ist hier uncut. Super, Realtalks immer uncut. Ich dachte, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Ich bin da nicht so gut drin, gerade auch mich zu öffnen. Flüssig gesprochen, keine Bilder eingeblendet, Abzüge. Aber, ja. Vielleicht auch Emotionen zu zeigen, was das angeht. Ja, das ist auch schwer. Also, ihr müsst mal so sehen, über Gefühle reden und so weiter. Manche können das nicht mal vor der Familie oder so. Und er tut das vor tausenden Leuten. Das ist schon krass. Aber ich dachte mir, ich möchte und muss das mit euch mal kommunizieren. Weil ihr begleitet mich schließlich auch schon jetzt mittlerweile. Ich glaube, YouTube ist mittlerweile schon seit sechs oder sieben Jahren mein Lebensprojekt. Und da bin ich euch auch sehr, sehr dankbar für, für den Support bis dahin. Und ich hoffe, ihr werdet dieses neue Kapitel quasi auch mitgehen. Trotz weniger Videos. Und, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Julian, ändert ein Endkant, Alter. Ich bin da mit der Cam gerade vor. Aber das ist ja bodenlos, Alter. Alter, das ist ja auch Endkant für 20 Jahre, äh, Bild so vor 40 Jahren gemacht und dann nicht mehr geändert. Ja, äh, was bleibt abschließend zu sagen? Äh, find ich gut. Schritt find ich super. Ähm, zieh durch. Ähm, ich weiß, was du packst. Ich werd dich auch nerven. Safe. Du hast es öffentlich gesagt, dass ich's darf. Ähm, ja, und, äh, Hut ab. Also, bei ihm wäre es der Doppelte. Aber Hut ab auf jeden Fall, weil, ja, es ist, wie gesagt, es ist einfach mal straight raus, aus sich raus. Er muss was ändern. Äh, Kanalveränderungen. Wie gesagt, also, für mich, mach deine Babys und nimm dir die Zeit für dich. Nimm die Zeit für dich. Und wie gesagt, wenn nicht, ich spamm dich voll. Das ist ne Droh. Ja, Leute, ähm, falls euch das, äh, falls ihr, wie gesagt, Market Watches hier, seht ihr ja schon hier, Market Watches, äh, oder Tierlisten oder so sehen wollt, schauen wir mal bei ihm vorbei, ist in der Infobox, auch als Kommentar angepinnt, schaut bei ihm vorbei. Auch wenn nicht mehr jetzt drei Videos, die wir auch kommen oder vier, sondern halt, es kommt trotzdem noch Content und von daher, Leute, ne, was bleibt mir anderes übrig zu sagen? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Als Reaction, ähm, wie gesagt, auf Themen, wo ich was zu sagen hab, bin ich gerne am Start, aber generell ist natürlich, also, ich brauch bei Market Watch nicht Reaction zu machen, also, wofür? Also, keine Ahnung, da kann ich auch gleich eine eigene machen. Ja, Leute, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch dann jetzt einen wunderschönen Tag. Und natürlich, wie immer, viel Spaß beim Durali. Und natürlich, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und natürlich, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen.